Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Tom und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich war letztens unterwegs am Hamburger Hafen und habe mir mal meine GoPro um die Brust geschneit, um euch mal mitzunehmen auf einen virtuellen Fototrip. Einfach damit ihr mal sehen könnt, wie ich meine Bilder mache. Vielleicht findet ihr es ja auch einfach nur entspannt, anderen Leuten dabei zuzugucken. Alle Bilder sind mit meinem Lightroom Standard Preset bearbeitet. Und mit dem Sigma 50mm f1.4 aufgenommen. Gucken, ob das beim Autofokus funktioniert. Sieht gut aus. Das Objektiv habe ich mir erst vor ein paar Monaten gekauft, war damit noch gar nicht so viel unterwegs. Deswegen dachte ich mir, ich schneide es mir mal drauf. Normalerweise bin ich eher mit Zoom-Objektiven unterwegs, um einfach so ein bisschen höhere Flexibilität zu haben. Ich finde aber diese Festbrennweiten-Objektive auch sehr, sehr spannend. Allein natürlich schon wegen der großen offenen Blende. Dementsprechend dachte ich mir, das wäre doch mal ein ganz guter Zeitpunkt, um damit mal wieder ein paar Fotos zu machen. Und noch mal ganz kurz vorab erwähnt, wenn euch das Video gefallen sollte und ihr mehr auf solchen Content habt, dann gebt dem Video mal einen Daumen hoch. Lasst mir auch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr generell Bock auf Videocontent im Bereich Instagram, Social Media, Fotografie habt, dann solltet ihr den Kanal auf jeden Fall abonnieren. Denn hier wird in Zukunft noch einiges mehr an Content kommen. Dementsprechend würde ich sagen, reden wir gar nicht lange drum herum. Wir springen jetzt mal direkt an den Hamburger Hafen, machen hoffentlich ein paar schöne Fotos. Und genau, wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.